Dennis Hollenstein ist in mehrerer Sicht aus eurer Sicht war das Komische zu dritten vor allem mit diesen 5 Minuten umzusetzen und schiesst durch das Goal. Hat er das quasi gebraucht, dass ihr nochmal so zurückgekommen seid? Ja, es scheint wahrscheinlich wirklich so zu sein. Ich glaube, wir haben nicht so einen guten Mass gespielt. Wir haben ihnen sehr viel Raum gegeben und sie haben es ausgenutzt und er hat eine dumme Strafe genommen, viele Strafe genommen. Und ja, ich glaube, aber am Schluss haben wir wirklich nochmal einen Zacken zugelegt und ja, die nötige Goal können machen. Ich habe gesagt, das hat es noch gebraucht. Es war sonst noch entscheidend, wo es zurückgekommen ist. Wir haben schon das Gefühl, es hat euch gesteigert. Aber es war vielleicht noch schlecht oder es hat ihr am Schluss besser gemacht? Ich glaube, wir waren sicher auch kaltblüte bei diesen Chancen, die wir am Schluss hatten. Und ja, im Powerplay haben wir sie am Schluss auch noch reingekommen, was wichtig war und ja, wir nehmen diese Punkte. Danke.